Musik Mit der ersten Hilfe kann man gar nicht früh genug anfangen und auch Kinder zwischen 4 und 8 Jahren können schon helfen. Das sind die Ansätze der gemeinnützigen Initiative Pflasterpass. Spielerisch werden die Kinder in das Thema eingeführt. Die Geschichte vom kleinen Igelchen, bei dem sich das Tier als Helfer in der Not zeigt. Doch dann wird das kleine Igelchen selbst verletzt. Und weil die anderen Tiere vorher gesehen haben, wie es geht, helfen sie bereitwillig mit Pflastern und Verband. Vorbild für den Pflasterpass ist das Seepferdchen, wie es Kinder aus dem Schwimmunterricht kennen. Das Seepferdchen ist dann sozusagen ein Zeichen, eine Auszeichnung dafür, dass ich die Grundlagen des Schwimmens beherrsche. Und genau das Gleiche wollen wir im Endeffekt mit dem Pflasterpass erreichen, dass die Kinder die Grundlagen der ersten Hilfe erlernen. Und vielleicht wären daraus mal Ärzte, vielleicht wären Rettungssanitäter daraus aus diesen kleinen Jungs und Mädels. Pflasterpass will einen bundesweit einheitlichen Ausbildungsstandard für die erste Hilfe bei Kindern erreichen. Und das bis zum Jahr 2022. Bislang wurden schon 3000 Kinder geschult, kostenlos. Hier zeigt Ausbilderin Leanne Müller den Kleinen, wie einfach es geht. Dass ausgerechnet Kinder angesprochen werden, ist übrigens kein Zufall. Alle 18 Sekunden verunfallt in Deutschland ein Kind so schwer, dass es ärztliche Hilfe benötigt. Und oftmals sind es Kinder, die als Erste am Unfallort sind, weil sie miteinander spielen. Und wenn wir bundeseinheitlich Kinder dazu bringen, dass sie die Grundlagen der ersten Hilfe können, haben wir unser Ziel schon erreicht. Für die Kleinen ist das erst einmal Zukunftsmusik. Wie aber kommt das Angebot an? Geholfen habe ich noch nie, aber jetzt kann ich's. Grundsätzlich trägt das Kursangebot nicht nur dazu bei, Wissen zu vermitteln, sondern hilft auch, Hemmungen abzubauen. Philosophie dabei, helfen kann jeder. Wichtig ist auch das frühe Einprägen der Notrufnummer. Eins, eins, zwei, die Notfallnummer. Die Zahl von jährlich über 530.000 Unfällen unter Beteiligung von Kindern zeigt die Ernsthaftigkeit dieses Themas. Selbst ein rechtzeitig und richtig abgesetzter Notruf kann lebensrettend sein. Grundsätzlich arbeitet die Initiative nur mit ausgewiesenen Experten. Das sind Kinderärzte, das sind Notfallmediziner, das sind Sozialpädagogen. Und gemeinsam mit diesem Netzwerk haben wir das Konzept erarbeitet und sorgen dafür, dass wir eine laufende Qualitätskontrolle auch haben. Für die Kinder ist das erst einmal nebensächlich. Für sie ist es wichtig, dass sie an diesem Tag ihren Pflasterpass bekommen und mit Begeisterung nach Hause gehen. Und vergessen haben sie auch nichts. Eins, eins, zwei, die Notfallnummer. Eins, eins, zwei, die Notfallnummer. Eins, zwei, die Notfallnummer. Vielen Dank.